Hallo, mein Name ist Sophie Schuster, ich bin 18 Jahre alt. Mein bestes Pferd ist Chutney und ich komme aus Bayern. Und ich freue mich, hier in Nördlingen reiten zu können. Der Parcours heute war nicht so ganz einfach, aber mit einem Feder bin ich mit mir und meinem Pferd doch ganz schön zufrieden.